Der 8 Zoll Schraubstock mit robuster Spindelmechanik hat einen Arbeitsbereich bis 200 mm, induktiv gehärtete Ambossfläche, induktiv gehärtete Spannbacken und hier im Innern noch eine Rohrspannvorrichtung. Des Weiteren ist der Schraubstock drehbar gelagert, das heißt er lässt sich um 360 Grad verdrehen und genauso schnell auch wieder mit der Schnellspannverschraubung festsetzen.